Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema Hypnobirthing-Übungsplan. Jede Mama, die einen Hypnobirthing-Kurs gemacht hat, weiß, dass es Empfehlungen gibt, ab wann man die ein oder andere Übung in der Schwangerschaft regelmäßig üben sollte und wie oft man sie dann pro Woche ab diesem Zeitpunkt ungefähr üben sollte. Daran kann man sich dann sehr gut orientieren. Aber wie bei allem gilt auch im Hinblick auf Hypnobirthing und die Übungen für die Geburt, dass jede Mama individuell ist und etwas anderes braucht. Hast du als Mama also das Gefühl, dass eine Empfehlung nicht zu dir passt und du die Übung, zum Beispiel die Partnerübung, regelmäßiger und öfter üben möchtest, dann solltest du das in jedem Falle umsetzen. So hast du mehr Sicherheit im Hinblick auf die Geburt und die Sicherheit, dass du dich so umfangreich wie möglich vorbereitet hast. Solltest du es aber vielleicht nicht schaffen, alle Übungen, die du dir ursprünglich ausgesucht hast, in dem Maße zu üben, wie du es dir vorgenommen hast, ist das auch völlig in Ordnung. Hier ist es dann hilfreich, sich auf die wichtigsten Dinge und Techniken zu konzentrieren. Die Atemübungen und eine Tiefenentspannung. Alles andere könntest du üben, wenn du dann noch Zeit dafür hast. Und natürlich gibt es auch Mamas, die erst sehr spät in der Schwangerschaft von Hypnobirthing erfahren und somit auch erst sehr spät mit einem Kurs und den Übungen anfangen. Auch das ist kein Hindernisgrund für eine schöne und entspannte Hypnobirthing-Geburt. In jedem Fall solltest du als werdende Mama die Zeit, die du noch zur entspannten Vorbereitung hast, nutzen, anstatt dir Sorgen darüber zu machen, dass es nicht klappen könnte. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Weitere interessante Videos findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie. Wir sehen uns im nächsten Video.